Yo Leute und willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir mal ein... Was spielen wir? Digga, was ist das hier? Wieso lauft... Wieso ist jetzt gerade Overwatch im Hintergrund am Laufen, wenn ich am Reden bin? Ist das neu? Digga, ist das neu? Alles klar, Leute! Ne, heute habe ich ein Thema anzusprechen vorab hin. Schaut das Video bitte zu Ende an, weil es ist eigentlich schon wichtig, falls es euch auch betreffen könnte. So Leute, heute haben wir ein Thema und das Thema ist eindeutig mal YouTube und Aufrufe. Digga, du Bastard! Aufrufgeil, der ist lo! Hals, maut! Ja! Digga, ohne Scheiß, ich beginne irgendwann mal zu spinnen, ne? Ich habe irgendwie nettes Komisches an mir. Ne, Leute, es geht nicht jetzt um Aufrufgeil und so, ne? Also alles klar, Aufrufgeil. Klickgeil, meine ich. Ja, ähm, das sollte jetzt ein Video sein, mit dem ihr mir entweder helfen könnt oder euch selber mal informieren oder so irgendetwas mal. Weil ich habe null Ahnung von dem. Da mache ich gerade das Video. Und ich habe auch gesehen, dass das irgendwie, keine Ahnung, ob das bei euch auch so ist. Ich erkläre jetzt gleich, wie das so ist, ne? Also Leute, mach mal, hab ich so, auf, also mach mal hab ich so, Videos, das sind die Aufrufe ganz gut, ne? 10, 20, 30, 40 und so weiter, ne? Versteht ihr alle auch, versteht ihr? Ja, und dann habe ich nochmal Videos, die werden vielleicht in zwei Stunden explodieren, alter. Für mich zum Beispiel explodieren, so. Ja, wie soll ich sagen, so, äh, zum Beispiel so 200 und so weiter, ne? Ja, Leute, dann müsst ihr so denken, ich hoffe, ihr habt das Problem auch, weil dann können wir uns irgendwie zusammensetzen und darüber reden und so, keine Ahnung was. Oder schreibt mir bitte etwas in die Kommentare, wenn ihr eine Lösung für das habt. Ja, eben, und dann, ja, Leute, ich habe dann eben so viel Aufruf und dann einen Tag später, okay, sind die Aufrufe weg. Also, da habe ich von zum Beispiel 200 wieder nur 50, kein Aufrufbot, kein einziger Aufrufbot ist das, safe, man, safe. Ja, und, was soll ich da sagen? Das Lustige ist daran eben, dass, 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 dass irgendwie ein bisschen komisch ist, weil es hatte schon mal von, glaub, einem Jahr, ich weiß nicht wann das war, ein Fehler da, ähm, YouTube hatte ja einen Fehler, 301, irgendetwas da, das waren da mit dem Aufrufen, da haben die einfach manchmal, aber nur manchmal. Alles klar, da haben die zum Beispiel, macht man einfach 5000 Aufrufe verloren, einfach so, durch YouTube, ne, ist gar nicht geil, ne, würde ich mal sagen. Ja, eben, und das ist auch irgendwie bei mir letzter Zeit so, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, ich hoffe, aber nicht auf jeden Fall, ähm, ja, weil ich habe, ich kann, ich sage euch das jetzt einfach mal, ne, äh, ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen. So, ich bin jetzt hier gerade auf der, auf meiner, auf meiner Seite, ne, hier, Jimmy rettet mich, hashtag 1 guts and glory, ein richtig geiles Game und hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und es haben auch richtig viele Leute geschaut. Okay, Leute, ich erzähle euch mal so, wie das abgelaufen ist, okay? Also, am Anfang habe ich hier ganz normal geschaut, so, hm, wie viele Aufrufe habe ich, so, okay, also, jetzt müsst ihr denken, ganz am Anfang, wo ich jetzt hochlande, oh, da, äh, ich meine, 100 Aufrufe schon in einer Stunde, wow, richtig geil. Ein Tag später, also, äh, am Morgen war es noch 200, ne, ich so, ja, nice, Alter, ne, und nachdem sind die 50 gekommen, ich so, ah, Alex, klar, Digger, ah, Alex, klar, ne, und das Lustige war dann einfach so, ja, weißt, wisst ihr, Leute, wenn ich jetzt schreibe, hier, Jimmy, kommt sogar schon, Jimmy rettet mich, bin ich der Erste in der Startseite, ne, putz, 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 Digger, putz, Mann. Drei Millionen Aufrufe, oh, wisst ihr, ne, Alter, habt ihr gerade bemerkt, drei Tage und vorher waren es zwei Tage, ah, die ist klar, ja, auf jeden Fall eben, ja, da waren plötzlich noch immer die 200, ja, ich kann es verstehen, YouTube muss das alles noch ein bisschen aktualisieren, das von den Aufrufen her, ne, ne, ist nicht gegangen, und heute war das einfach so, dass ich einfach geschaut habe, ich so, wow, 99 Aufrufe, okay, ich glaube, die Aufrufe sind wieder gekommen oder so, keine Ahnung, was da los war, ne, Leute, wartet kurz mal, es sei, es ist ungefähr seit einem Tag 99 Aufrufe, ne, und keiner kann mir sagen, dass in einem ganzen Tag keiner dieses Video klickt auf der Welt, das kann vielleicht schon passieren, aber das Lustige war, dass ich zwei Likes dazu bekommen habe, und in diesen zwei Likes wird auch eigentlich zwei Aufrufe höher kommen, aber es bleibt einfach weil 99, ne, ist irgendwie komisch, also, das, das, keine Ahnung, das ist halt länger so bei mir, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber ich glaube, YouTube hat einfach einen Bug, weil, Leute, wenn ich jetzt wieder hierher gehe, na, Leute, oh, was ist denn das von 99 auf 48, äh, 84, ah, alles klar, Digga, was los mit euch, YouTube? Ja, Leute, da würde ich sagen, das war's mit dem Video, ich hoffe, ähm, dass ihr das Problem nicht habt, wie ich, weil das ist halt länger so, und dass ihr mich vielleicht irgendwie ein bisschen unterstützen könntet, so, was ich meine, mit unterstützen helfen könntet, unten in den Comments, ja, da würde ich sagen, lasst ein Like, dein Abo, würde mich sehr freuen, Leute, ihr wisst das, ja, wir sagen, ciao, ja, ja,